Ein Vorzelt Oder ein Zelt irgendwie Schlafzimmer 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 Und was sagst du zu dem Aschi ? Was sagst du zu dem Wohnwagen ? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn das für ein Ding? Bitte scheiße, eigentlich Moritz! Hier Moritz, zeig dir mal wie du Fahrrad fahren kannst, von hier bis da vorne Jaaa Bleib stehen, Timo Das ist doch nicht der eine, ne? Du Dein sah doch ganz anders aus Kannst du dich mal mit filmen? Na, jetzt geh mal weg, Timo Wo fliegt denn der schwule Geier hin, wenn er müde ist? Wo fliegt denn der schwule Geier hin, wenn er müde ist? In den Horst Kann ich mal wieder? Aber ich wollte das machen, dann habe ich ein prima Foto Na gut Na gut, mach mal Ich will mir gerne mal weg, Timo Und dann geh mal weg, Timo reingehen, ne? Tragen wenn er nicht reingeht hat, t�, tip, tip, tip Erhört, und wenn ich dich die Der hat auch immer einen Rand zu reichen, aber nicht mehr. 2 Kilometer 4 Kilometer 5 Kilometer 5 Kilometer Schöne Der ist ja da hinten so groß, ne? Ja. Aber es sieht doch noch nützlich aus. Ja, es war soweit. Sonst hätte ich nicht mehr aufgesagten sollen, ob es gerade soweit ist. Es liegt doch gerade gar länger hier. Aber es ist ja da hinten so groß. Ja, da hinten so groß.